Ja, hier im Studio begrüße ich Jürgen Mattes. Sie sind Volkswirt am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank, dass Sie da sind. Es geht um Griechenland. Das ist ein Verhandlungspoker. Hat man den Eindruck, wollen wir mal etwas nüchtern draufschauen. Was braucht Griechenland? Ja, Griechenland braucht in erster Linie jetzt wieder neues Vertrauen. Die Menschen müssen wieder investieren, kaufen. Die Unsicherheit, die jetzt in den letzten Monaten in den Raum getreten ist, hat die schönen Wachstumsaussichten, die wir eigentlich Ende letzten Jahres für das Jahr 2015 hatten, zunichte gemacht. Und deswegen sehen wir Griechenland jetzt wieder erneut in einer tiefen Krise, einer Vertrauenskrise, einer Wirtschaftskrise. Wie soll dieses Vertrauen kommen und woher soll die Kaufkraft kommen, die Sie im Prinzip angesprochen haben, wenn die Leute ja wieder konsumieren sollen? Wie soll das gehen? Also Ende letzten Jahres starten wir auf einem guten Weg dahin. Der Konsum war etwas besser gewesen. Die Wirtschaftsperspektive die Wirtschaftsstimmung war deutlich nach oben gegangen. Und dann kommt man in einen Kreislauf hinein, wo sich das von alleine ergibt, wo wieder Menschen alleingestellt werden, wo neue Einkommen entstehen und dann auch konsumiert werden kann. Jetzt sind wir in der Tat wieder in einem Teufelskreis nach unten. Und das liegt natürlich in erster Linie an den vielen politischen Irritationen, die entstanden sind. Die Menschen haben ihre Gelder von den Banken abgezogen. Das ist ein fatales Zeichen für fehlendes Vertrauen. Es braucht eine Einigung heute, eine Einigung auf ein klares Reformpaket und dann eine Perspektive für Griechenland mit Blick auf die nächsten Jahre, was die Finanzen betrifft. Nun sind nicht alle Ihrer Meinung. Sie sagen, die Wirtschaft muss erst wachsen, dann wird das schon wieder. Dann werden die auch schon wieder konsumieren können. Mit Blick auf zum Beispiel Spanien, Zypern, Portugal, Irland. Aber dort gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit. Über 50 Prozent der Jugendlichen sind arbeitslos. Verständlich, dass die Menschen vor Ort sagen, naja, mit diesen Effekten, dass wir auch am Ende was davon haben, ist es nicht so weit her. Also ist das wirklich der Königsweg, den Sie da ansprechen? Also das geht ja zurück Ihre Frage auf die Frage, hat man Griechenland zu den richtigen Reformen gezwungen, in Anführungsstrichen. Ja, so wie in den anderen Ländern auch. Genau, also wir sehen, das haben Sie ja zu Recht angesprochen, in Irland, Portugal, Spanien hat die Reformstrategie, also Hilfe zu geben, die haben ja auch alle Rettungspakete bekommen, diese Länder, gegen Reformen, gegen Reformauflagen. Gut geklappt, alle sind vom Rettungsschirm wieder weg, die Wirtschaft wächst, Exporte wachsen. Also das zeigt eigentlich, dass die Strategie gut ist. Griechenland, glaube ich, ist wirklich ein Sonderfall. Es war immer schwierig, die Reformen dort durchzudrücken und man hat in der Tat vielleicht am Anfang zu wenig auf wachstumsfördernde Reformen gesetzt und etwas zu viel auf diese Konsolidierung, die das Wachstum tatsächlich auch etwas gedrückt hat. Wo? In Griechenland? In Griechenland. Hat man in Griechenland da mehr drauf geguckt, als vielleicht in Spanien? Griechenland hatte natürlich auch ein Haushaltsdefizit 2009 auf 2010 von 15 Prozent. Ist natürlich klar, da kommt man nicht ohne Sparen raus. Das, was vielleicht falsch gemacht wurde, ist, dass als die Wirtschaftsstärke einbrach und damit auch die Steuereinnahmen, als man erwartet hatte, hat man nochmal hinterher gespart. Also musste nochmal weiter gekürzt und Steuern erhöht werden. Und jetzt will man ja wieder weiter sparen. Ja, wir haben natürlich, es ist immer die Gratwanderung, die ist halt sehr, sehr schwer zu treffen zwischen der Tatsache, dass natürlich Kürzungen von Ausgaben und Erhöhungen von Steuern die Wirtschaft dämpfen. Auf der anderen Seite natürlich ein Haushaltsdefizit, ein Haushaltsdefizit ist und die Schulden eh schon zu hoch sind. Man muss eine gute Balance finden und versuchen, an den Stellen dann den Haushalt zu konsolidieren, wo es am wenigsten wachstumsschädlich ist. Aber jetzt sagen Sie doch bitte noch ein Wort zu der Arbeitslosigkeit in Spanien und Portugal. Die gibt es ja nun auch. Und das sind ja dann auch die Kritiker dieser Sparpolitik, die ja auch durchaus plausibel sagen, wir haben noch nichts von dieser Reform. Ja, ich meine, ist natürlich klar, beide Länder, Griechenland, also Spanien und Portugal, waren natürlich auch in einer tiefen Krise. Die Anpassungslasten waren groß. Der Immobiliensektor hatte massiv geboomt. Es waren massiv Arbeitsplätze entstanden. In einem Sektor, der eigentlich gar nicht sozusagen so viele Arbeitsplätze auf Dauer bieten kann. Dass das natürlich zur Arbeitslosigkeit nach der oder in der Krise und nach der Krise führt, ist klar. Das Wichtige ist, dass die Richtung stimmt. Die Arbeitslosenzahlen sind in Spanien noch nie so schnell gesunken wie in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, seit 2014 aber schon. Und in Portugal geht es auch klar in die richtige Richtung. Also es sind mehr Arbeitsplätze geschaffen worden? Wir sind, also am Ende ist es ja die Frage, der Stand der Arbeitslosenquote ist immer noch erschreckend schlecht, überhaupt keine Frage. In Spanien auch noch deutlich schlechter als in Portugal. Aber die Richtung stimmt. Und das zeigt, dass die Reformen Wirkung zeigen. Spanien beispielsweise hat eine Arbeitsmarktreform gemacht, die man sich vorher in dem Ausmaß so nicht hat vorstellen können. Die trägt jetzt Früchte. Ist es denn so, dass Griechenland vielleicht ein besonders schwerer Fall ist? Vielleicht ist das auch etwas, was... Weil der Bundesfinanzminister vergleicht ja immer mit Zypern. Zypern ist ein sehr kleines Land. Mit Irland ist vielleicht auch ein Sonderfall. Spanien und Portugal. Aber vielleicht ist die Situation in Griechenland einfach auch anders. Also das hat die Erfahrung der letzten Jahre tatsächlich gezeigt. Man hat, glaube ich, wirklich unterschätzt, wie strukturschwach diese Wirtschaft ist, wie verkrustet sie ist und wie wenig sie aus eigenen Kräften dann heraus wieder wachsen kann. Gucken wir mal auf Lettland, auf Estland, auf die baltischen Staaten. Die sind rapid in eine Krise gestürzt im Zuge der Krise und danach aber relativ schnell wieder auferstanden. Und in Griechenland und in Spanien, in Portugal sind relativ bald auch schon nach den ersten Monaten, Jahren der Krise die Exporte angesprungen. In Griechenland haben wir all das nicht. Die Wirtschaft ist einfach stark verkrustet. Der Staat ist unglaublich ineffizient und es bewegt sich einfach viel zu wenig da. So und genau dazu möchten wir jetzt einen Film zeigen und wir werden nachher wieder unser Gespräch fortsetzen können. Wir widmen uns hier aber dem Thema Griechenland. Jürgen Mattes, Volkswirt am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Wir haben vorhin in unserer Gesprächsrunde uns die Frage gestellt, was braucht Griechenland? Und Sie sagen im Grunde, der Weg der EU-Euro-Institutionen oder Geldgeber ist der richtige. Wir haben das kontrovers diskutiert. Eines möchte ich trotzdem noch an dieser Stelle sagen. Die griechische Regierung fordert einen Schuldenschnitt und die Geldgeber lehnen das ab. Was sagen Sie? Also die griechischen Staatsschulden sind sehr hoch, 180 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist klar, dass das natürlich eine große Belastung eigentlich wäre. Allerdings kommt es letztlich nicht auf die Schulden höher. Es kommt darauf an, wie viel muss ich an Schulden oder für die Schulden zahlen, also an Zinsen und an Tilgung. Das, woran Griechenland jetzt nächste Woche möglicherweise zu scheitern droht, ist eine Schuldenrückzahlung an den IWF. Nicht genug Geld ist im Haushalt. Deswegen braucht das Land, also deswegen braucht Griechenland ja neue Hilfen, um am Ende diese Kreditrückzahlung leisten zu können. Auf der anderen Seite haben wir Zinsen. Aber die Zinsen, die Griechenland zahlen muss, sind sehr, sehr niedrig, weil der größte Teil der griechischen Staatsschuld eben schon bei den staatlichen Gläubigern, also bei der Eurogruppe, beim ESM, bei dem europäischen Stabilitätsmechanismus liegt. Die sind so niedrig, dass sie nicht höher sind im Vergleich zur Wirtschaftsleistung als in Frankreich beispielsweise. Deswegen sehen wir das Problem gar nicht so stark in der Schuldentragsfähigkeit. Es ist eher die Frage, wie kriegt Griechenland das Geld, um die Rückzahlungen, die nötig sind, zu leisten? Und dafür braucht es das Hilfspaket. Naja, aber jetzt sagen ja auch die Kritiker, es ist ja eigentlich sowieso schon verlorenes Geld. Griechenland wird diese Riesensummen, von denen Sie ja auch eben gesprochen haben, zumindest nicht alles zurückzahlen können. Es wird einfach nicht gehen. So, und jetzt stellt sich die Frage, nochmal, warum dann nicht Schuldenschnitt? Dann kann man doch auch jetzt sagen, einen bestimmten Betrag, den erlassen wir jetzt, wir kriegen das sowieso nicht wieder, dann erlassen wir es jetzt. Und damit hätte man der Regierung ja auch gewissermaßen eine Brücke gebaut, damit die die Sparreformen dann auch entsprechend durchsetzen können in Griechenland. Dann wäre das nicht diplomatisch besser gewesen? Dann möchte ich die Bild-Zeitung sehen, die Schlagzeile in der Bild-Zeitung, wenn man das tatsächlich machen würde. Nein, nein, aber warten, es gibt ja sozusagen, der entscheidende Punkt ist, die Strategie, die der, oder die Rettungsstrategie ist im Prinzip darauf angelegt, den Schuldenbestand auf die staatliche Seite zu ziehen, die Schulden durch die niedrigen Zinsen tragfähig zu machen und das Ganze dann ganz nach hinten zu schieben. Die wichtige, oder bis jetzt hat es geklappt und ich glaube, dass es auch in Zukunft klappen kann, dass quasi die Kredite, die die europäischen Steuerzahler indirekt über den Rettungsschirm an Griechenland geben, immer so bedient werden, dass kein Verlust auf Seiten der Steuerzahler entsteht. Und je länger ich das nach hinten rausschiebe und je niedriger ich die Zinsen halten kann, desto besser funktioniert das. Und das kann unserer Meinung nach auch in Zukunft so funktionieren, ohne einen echten Schuldenschnitt. Denn das wäre in der Tat eine, glaube ich, doch sehr, sehr kontrovers zu diskutierende Frage.